Das ist Vibrieren? Können wir das mal angucken, was das ist? Oh Mann, das ist mein Pinguin! Ist das doch irgendwas drin hier? Hallo, mein Pinguin! Ist nicht im Ehrenkoffer auch noch das alte Radio drin, Bishop? Das alte Radio ist da drin, ja. Ist das ein P-Mobile Space Shuttle? Was ist denn der Godzilla... Hans-Peter, was ist der Godzilla 3000? Ich hab keine Ahnung, das sind nicht meine Koffer! Im Glück finden sie nicht den Türpfosten von Adela. Das ist ja locker 50 cm lang. Alter! Oh, jetzt geht's los! Jetzt aber auf Power eingestellt, ne? Geh'n aus! Geh'n aus! Im Mund nehmen! Im Mund nehmen musst du den, dann geh'n aus! Mach'n aus, Armin! Ja, warte! Mach'n aus, da! Adela, jetzt sch... den doch schnell weg! Jetzt helf doch mal! Soll ich mich jetzt reinschieben, oder was? Ja, mir doch egal, wie du dran machst! Dann vibriert Adela ja den ganzen Tag! Boah, da kommt auf einmal ein Fischbestand hoch, Alter! Boah! Boah! Digga, das riecht noch Fischkutter! Junge, aber riecht...